Happy Halloween, Freunde des gepflegten Gruselns und herzlich willkommen im Schocktober, wo wir jeden Freitag einen Klassiker des Horrorfilms huldigen wollen. Den Anfang macht der Anthology-Streifen Creepshow, die unheimlich verrückte Geisterstunde von 1982. Und ich weiß genau, dass sich einige Gorehounds unter euch jetzt freudig die Hände reiben werden, denn auch wenn Anthology-Filme zur damaligen Zeit bei weitem nichts Neues mehr waren, hat es doch nie wieder so ein ambitioniertes und stilistisch herausstechendes Werk gegeben wie dieses. Ja, Creepshow war schon ein einzigartiger Film, dessen unverwechselbaren Stil nicht einmal die direkte Fortsetzung zu kopieren wusste. Es gibt so viel über diesen Film zu erzählen, dass ich eigentlich nur an der Oberfläche kratzen kann. Aber Leute, wenn ich erstmal kratze, dann aber richtig. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil. Und heute präsentiere ich euch im Rahmen des Schocktobers einen Film, der zu den ganz großen Klassikern des 80er Jahre Horrorkinos gehört. Creepshow. Der Streifen Creepshow vereinte die Talente der Horror-Ikonen George A. Romero und Stephen King und ist im Grunde eine Hommage an die legendären EC-Horror-Comics Tales from the Crypt, The Vault of Horror und The Haunt of Fear, welche die beiden selbst in ihrer Kindheit lasen und die ihre Karrieren nachhaltig beeinflussen sollten. Der Film startete am 10. November 1982 in einigen ausgewählten Kinos in Boston, da Warner Brothers, die den Vertrieb übernommen hatten, nicht allzu überzeugt von dem fertigen Produkt waren. Die Bosse fanden den Streifen mit 132 Minuten einfach viel zu lang, weshalb sie kurzerhand rund 12 Minuten aus dem fertigen Film herausschnitten, damit seine Laufzeit die 2-Stunden-Marke nicht überschritt. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass man heute im Kino kaum noch einen Film serviert bekommt, der unter 2 Stunden lang ist. Und das, obwohl sich die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer in den letzten Jahren enorm verkürzt hat. Ich meine, selbst meine kurzen Beiträge werden im Schnitt nur zu 40% angesehen. Nachdem der Film aber viel besser lief als erwartet und sich sogar gegen Halloween 3 durchsetzen konnte, ihr wisst schon, der Halloween-Film ohne Michael Myers, veröffentlichte Warner Brothers Creepshow regulär und fuhr am Ende ein passables Ergebnis von rund 21 Millionen US-Dollar alleine in den Vereinigten Staaten ein. Und das bei einem Budget von etwa 8 Millionen Dollar. Damit stellt Creepshow den einzigen Streifen in Romeos Filmografie dar, der je die Kino-Charts anführte. Bei uns in Deutschland lief Creepshow am 29. April 1983 an und hierzulande entschied man sich unerklärlicherweise dazu, den Film noch weiter zu kürzen und eine ganze Episode zu entfernen, wodurch er dann nur noch eine Laufzeit von etwa 95 Minuten aufwies. Auf Video war der Film dann übrigens wieder fast komplett, denn zum Glück hatte sich der Verleiher dazu entschieden, den gesamten Film synchronisieren zu lassen, also auch das Segment, das man später für die Kinoauswertung rausgeschnitten hatte. Aber zu den verschiedenen Schnittfassungen kommen wir später noch. Die Story, äh, Stories. Die einzelnen Episoden in Creepshows sind durch eine Rahmenhandlung eingebunden, die gleich in zweierlei Hinsicht interessant ist. Denn hier spielt der legendäre Tom Atkins den Vater des kleinen Billy, der Horrorcomics liebt und damit den Zorn seines Dads auf sich zieht. Und so war er damals zur selben Zeit, in gleich zwei Horrorstreifen im Kino zu sehen, nämlich in Creepshow und seinem direkten Konkurrenten an der Kinokasse in Halloween 3. Sein Sohn Billy wurde von Stephen Kings Sohn Sean Hill verkörpert, der wie sein Vater Stephen heute als Horrorautor arbeitet und sogar eine Story für eine Episode für die 2019 auf Shudder gestartete Creepshow-Serie beigesteuert hat. So schließt sich der Kreis. Die erste Episode trägt den klangvollen Namen Vatertag und erzählt die Geschichte von Bedelia, die ihren tyrannischen Vater am besagten Tage aus dem Diesseits beförderte und seitdem jedes Jahr an sein Grab zurückkehrt, um ihm sozusagen posthum die Meinung zu geigen. Dieses Mal jedoch hört ihr verschiedener Dad das Nicht-Tatenlos mit an und beschließt, endlich seinen Vatertagskuchen einzufordern, den Bedelia ihm am Tag seines vorzeitigen Dahinscheidens gebacken hatte. In der zweiten Geschichte treffen wir auf den leicht zurückgebliebenen Hillbilly Geordi Verrill, gespielt von Stephen King persönlich, der einen Meteoriten entdeckt und auf unangenehme Art feststellen muss, dass dieser höchst infektiös zu sein scheint und dessen Sporen sich mit Geordys Hilfe unkontrolliert ausbreiten. Die dritte Episode, die in der Videofassung noch Videospiele hieß, später aber zu Weggespült umbenannt wurde, ist die Geschichte, die im Kino und den später erschienenen FSK-16-Veröffentlichungen fehlte. Sie handelt von dem wohlhabenden Richard, dargestellt von Leslie Nielsen, der sich an seiner untreuen Frau und dessen Liebhaber Harry, gespielt von Ted Danson, rächen will. Dazu vergräbt er Harry an seinem Privatstrand und lässt ihn per Videoschalte dabei zusehen, wie seine Geliebte, die Richard ebenfalls an einer anderen Stelle eingebuddelt hat, wegblubbert, was ihm am Ende ebenfalls droht. Allerdings finden die beiden das nicht besonders spaßig, woraufhin sie kurzerhand zurückkehren, um dem guten Richard seine eigene Medizin zu verabreichen. Episode Nummer 4 ist auch die längste Story des Films. Der gutmütige Henry wird von seiner herrischen Frau Wilma permanent heruntergemacht und hat die Nase langsam gestrichen voll von ihr. Da kommt es ihm sehr gelegen, als sein bester Freund Professor Stanley ihm eines Nachts von einem tragischen Vorfall in der Universität berichtet. Dort hatte der Hausmeister in einem Verschlag unter einer Treppe eine alte Holzkiste gefunden, die er im Beisein des Professors öffnete und dann von, was auch immer in der Kiste hauste, geschmackofatzt wurde. Ein junger Student, den der Professor zur Hilfe rief, teilte das Schicksal des Hausmeisters daraufhin, weshalb der völlig aufgelöste Mann sich nun seinem Freund Henry anvertraute. Der lockt seine Frau daraufhin zum Campus und organisiert ein Treffen mit dem Kistenmonster, das wirklich alles zu fressen scheint. So sind die beiden Männer am Ende alle sorgenlos, inklusive des Monsters, das Henry wieder in seine Kiste eingesperrt hat und in einer nahegelegenen Kiesgrube versenkte. Die letzte Geschichte handelt von Upson Pratt, einem reichen und arroganten Hygienefanatiker, der in einer nahezu keimfreien Wohnung residiert und nach einem Stromausfall den Horrortrip seines Lebens erfährt. Nachdem er den Anruf von der Frau eines Konkurrenten bekommt, der sich wegen Pratt aus dem Leben verabschiedet hatte, und sie ihm die Hölle an den Hals wünscht, geschehen in seiner Wohnung plötzlich seltsame Dinge. An allen möglichen Stellen tauchen plötzlich Kakerlaken auf und verwandeln das keimfreie Domizil des Menschenfeindes langsam in ein gigantisches Insektenhotel mit verhängnisvollen Folgen für Mr. Pratt. Am Ende des Films kehren wir zur Rahmenhandlung zurück, wo der rachsüchtige Billy sich mit Hilfe einer Voodoo-Puppe bei seinem Vater dafür revanchiert, dass der sein Comicheft in den Müll geworfen hat. Ich liebe Anthology-Filme und Serien, wie zum Beispiel Tales from the Crypt, die ebenfalls auf den alten EC-Comics basiert. Aber keine dieser Adaptionen hatte je wieder diesen geilen Comic-Style, den Creepshow hatte. George A. Romero hatte gerade seinen Film Martin bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt, wo er viel Zuspruch erhielt und der den Regisseur nach einigen weniger erfolgreichen Filmen wieder ins Rampenlicht beförderte. Zur selben Zeit verfilmten Warner Brothers gerade den Stephen King-Roman Salem's Lot, der ebenfalls äußerst positiv von Kritikern und dem Publikum aufgenommen wurde. Und so dachten die Verantwortlichen bei Warner, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, die beiden für ein gemeinsames Projekt zusammenzubringen. Dieses Projekt sollte ursprünglich die Verfilmung von The Stand, Das letzte Gefecht sein. Doch diesen 800 Seiten starken Roman angemessen zu verfilmen, wäre ein ziemlich teures und aufwendiges Unterfangen gewesen. Und so verwarf man diese Idee schließlich wieder. Romero und King, die aber auf einer Wellenlänge lagen, beschlossen sich für ein anderes Projekt zusammenzuschließen. King kam auf die Idee, einen Horrorfilm zu drehen, der den Comic-Stil der alten EC-Comics aus den 50ern auf die Leinwand bringen sollte. Und der Film- und TV-Produzent Richard P. Rubenstein fragte ihn, wie lange er brauchen würde, um ein Drehbuch zu verfassen. King versprach Rubenstein, ein fertiges Drehbuch in 60 Tagen zu liefern. Und diese hielt er auch genau ein. In einem Interview sagte er allerdings, dass er dafür nur eine Woche gebraucht hätte, aber das Drehbuch erst nach 60 Tagen abgeliefert habe, um seine Zusage einzuhalten. Für das Drehbuch hatte King zwei seiner Kurzgeschichten verwendet, die kurz zuvor veröffentlicht worden waren. Expedition ins Tierreich und Mondgestein. Dazu schrieb er fünf neue Stories, von denen jedoch nur Vatertag, Videospiele und Insektenspray ihren Weg in den fertigen Film fanden. Die beiden übrigen Geschichten, alter Häuptling Holzkopf und der Anhalter, wurden später für Creepshow 2 adaptiert. Die Sets wurden an der damals leerstehenden Penn Hall Schule für Mädchen in Greensburg bei Pittsburgh errichtet. Weitere Drehorte waren Island Beach State Park, Berkeley, New Jersey, Fox Chapel, Pennsylvania, die Carnegie Mellon University und Romeros eigener Garten in Shedyside, Pennsylvania. Die Produktionszeit soll insgesamt fünf Monate gedauert haben. Das Ergebnis ist ein Film gewordener Comic, wie es ihn in dieser Art kein zweites Mal gegeben hat. Ja, so etwas hat es tatsächlich nicht wiedergegeben. Das größere Budget erlaubte es Romero übrigens erstmals mit gestandenen Schauspielern zu drehen, was sehr hilfreich ist bei einem Anthology-Film, weil man die Charaktere innerhalb von kürzester Zeit glaubhaft rüberbringen muss. Von den vielen namhaften Schauspielern, die in Creepshow zum Einsatz kamen, wollen wir vor allem Tom Atkins hervorheben, der sich in den 80ern zu einer wahren Horror-Ikone entwickelte. Neben The Fog Nebel des Grauens, Halloween 3, Die Nacht der Creeps und Maniac Cop sollte nicht unerwähnt bleiben, dass er auch in der vierten Staffel der Creepshow-Serie auf Shudder zurückkehren wird, die am 13. Oktober in den USA startet. Er wurde übrigens von Manfred Lehmann synchronisiert, den wir auch als die deutsche Stimme von Gérard Depardieu und Bruce Willis kennen. Hal Holbrook ist als der schüchterne Henry zu sehen. Er spielte ebenfalls mit Atkins in The Fog Nebel des Grauens, sowie in Fackeln im Sturm, wo er Abraham Lincoln verkörperte. Seine Frau Wilma wird von Adrian Barbeau gespielt, die ebenfalls in The Fog zu sehen war. Genau wie auf dem Highway ist die Hölle los und das Ding aus dem Sumpf. Dann hätten wir da noch den jungen Ted Danson, der in der Rolle des Henry Wentworth glänzt. Er hatte sich damals gerade durch die Serie Cheers einen Namen gemacht und wurde von Joachim Tenstedt gesprochen, der uns auch als die deutsche Stimme von C3PO, Michael Keaton und Tom Hanks bekannt ist. Als den wohlhabenden Richard Vickers sehen wir Leslie Nielsen, der uns vor allem durch seine nackte Kanone-Filme im Gedächtnis geblieben ist. Dass er viel Humor besitzt, bewies er auch täglich am Set, wo er immer eine Furzmaschine bei sich trug, mit der er seine Co-Stars gerne mal aus der Fassung brachte. Zu guter Letzt wäre da noch Ed Harris, der hier mehr mit seinem Tanzstil auffällt als mit seiner Schauspielkunst. Er spielte auch in weiteren Stephen King-Adaptionen mit, wie zum Beispiel in Needful Things und The Stand Das letzte Gefecht. Ihm lieh Roland Nitschke seine Stimme, die er auch Tommy Lee Jones, Michael Winslow und Robert Patrick zur Verfügung stellt. Und das war wie gesagt nur ein kleiner Auszug. Doch was wäre ein echter Horrorfilm ohne geile Spezialeffekte? Und die hat der Altmeister höchstpersönlich abgeliefert. Tom Savini. Savini arbeitete während des Vietnamkriegs als Kriegsberichterstatter und hatte in dieser Funktion so viele verstörende Dinge gesehen, dass er nach seiner Rückkehr in die Staaten beschloss, diese Erfahrungen möglichst naturgetreu nachzustellen als Special Effects Artist beim Film. Savini wusste genau, wie verschiedene Verletzungen auszusehen hatten und so mauserte er sich in kürzester Zeit zu einem der gefragtesten Special Effects Künstler in Hollywood. Besonders hervorzuheben wären da seine Arbeiten an Dawn of the Dead, Day of the Dead, Freitag der 13.1 und Fear, The Prowler, Forke des Todes und The Burning, Brennende Rache. Auch die Effekte in Creepshow können sich durchaus sehen lassen. Vor allem seine Arbeit an Fluffy, wie die Crew das Kissenmonster nannte, wirkt auch heute noch sehr überzeugend. Die zahlreichen Effekte soll Savini dabei mit weniger als einer Million Dollar realisiert haben. Das teuerste bei dem Film waren nämlich nicht Savinis Effekte, sondern die rund 20.000 Kakerlaken, die für die letzte Episode gebraucht wurden und die vom Entomologen Ray Mendes vom American Museum of Natural History für 50 Cent das Stück zur Verfügung gestellt wurden. Nach dem Dreh der Kakerlaken-Szenen mussten die Tiere allerdings gefretzelt werden. Doch auch noch Jahre später sollen in der Schule immer wieder ganze Kakerlaken-Nester gefunden worden sein und sogar bis in die späten 80er hinein soll der Kammerjäger dort Dauergast gewesen sein. Es geht doch nichts über handgemachte Spezialeffekte. Das war noch echte Kunst damals. Haha, die 80er waren schon geil. Aber leider war es genau diese Art von Kunst, die oftmals der Schere zum Opfer fiel. Wie ich bereits sagte, fehlte im Kino eine ganze Episode. Doch das wird kaum jemand mitbekommen haben, denn er landete nicht einmal in den Top 100 der Kinocharts. Die im September 1983 erschienene VHS-Kassette von Konstantin Video enthielt diese Episode zwar, aber sie war in puncto Gewalt an einigen Stellen geschnitten und eine Dialogszene fehlte. Somit war sie um etwa 6 Minuten gekürzt. Erstaunlicherweise hat dieses Tape eine Freigabe ab 16 Jahren gehabt. Er fuhr jedoch am 10.04.1984 ihre Indizierung und wurde genau 25 Jahre darauf 2009 Folge indiziert. Erst am 31.10.2020, also nach über 36 Jahren, erfolgte die Listenstreichung und nach einer Neuprüfung durch die FSK ist die ungeschnittene Fassung des Films heute ab 16 Jahren freigegeben. Tja, etwa 20 Jahre lang hat es nur eine einzige, ungeschnittene, offizielle Veröffentlichung von diesem Film gegeben. Und die kam damals vom Label EMS. Sie erschien am 10. Januar 2000 und wurde nur in kleiner Stückzahl verkauft, weil sie schon kurz nach dem Release wieder eingestellt wurde. Tja, und heute ist sie ein begehrtes Sammlerstück. Obwohl sie eine grottige Pornosynchro an Bord hat. Kleine Kotzprobe gefällig? Naja, als er so ungefähr 184 Jahre alt war, hatte er einen Schlaganfall und die glückliche Bedelia musste ihn rund um die Uhr pflegen. Und dann lernte sie jemanden kennen, man könnte sagen Frühlingsgefühle im September. Tja, sie war nicht mehr die Jüngste und es war das erste Mal, dass sie sich in jemanden verliebte. Er war wohl 75 und Tante Bedelia war... Ist doch egal, wie alt sie war. Und komplett beziehungsunfähig, dann, als er ungefähr 184 war, kam der Schlaganfall und die glückliche Bedelia musste ihn rund um die Uhr pflegen und dann fand sie einen Liebhaber. Oder besser, Frühlingsgefühle im September. Ja, sie war nicht mehr die Jüngste und es war wohl das erste Mal, dass sich jemand in sie verliebte. Er war 75 und Bedelia war... Ist doch egal, wie alt sie war. Ganz schön schräg, was? Apropos schräg. Nach dem Erfolg des Films plante Richard P. Rubenstein eine gleichnamige TV-Serie zu produzieren. Doch da Warner die Rechte am Namen Creepshow hielt, wurde die Reihe einfach in Tales from the Darkside umbenannt. Das ist übrigens auch der Grund, warum es so lange keinen dritten Creepshow-Film gab. Im Grunde gab es einen. Denn der Film Tales from the Darkside ist tatsächlich der inoffizielle dritte Teil der Creepshow-Saga. Dieser Rotz von 2006 gehört für mich nicht dazu. Es gab auch einen Comic zum Film, den Bernie Wrightson gezeichnet hat. Er war auch für die Panels im Film verantwortlich. Der Comic basiert übrigens auf dem Directors Cut und enthält auch die Szenen, die Warner entfernen ließ. Er wurde 2017 neu aufgelegt und ist mittlerweile sogar auf Deutsch veröffentlicht. Als einer der beiden Müllmänner ist übrigens der Special-Effekts-Meister Tom Savini persönlich zu sehen. Er ist auch als der Creep in Creepshow 2 wieder an Bord. Den hat übrigens Michael Cornick in Szene gesetzt, der in Creepshow 1 noch als Kameramann fungierte. Stephen King reagierte übrigens allergisch auf das Zeug, das man ihm für seine Rolle überall auf dem Körper klebte. Wenn er sich im Film also ständig kratzt, ist das meistens, weil ihn die Gülle tatsächlich so gejuckt hatte. Im Comic merkt er das nämlich erst kurz bevor er in die Wanne steigt. Ursprünglich sollte die Figur des menschenfeindlichen Upsen Pratt von Max von Südo gespielt werden, den wir als Pater Marin aus dem Exorzisten kennen. Aber er lehnte die Rolle ab, da er zu der Zeit als König Osig für Conan, der Barbar, vor der Kamera stand. Und noch ein kleines Easter Egg. Der Aschenbecher, mit dem die gute Bedelia ihren Vater ins Jenseits befördert hat, taucht in jeder Episode wieder auf. Man muss nur ganz genau hinsehen. George A. Romero war übrigens auch für die Regie von Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere vorgesehen. Aber am Ende wurde es dann doch nur Stark the Dark Half. Ja, und das war es auch schon wieder von mir. Ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ich sage euch, genießt die Halloweenzeit. Und den nächsten Beitrag gibt es am Freitag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017